Jo moin Leute, herzlich willkommen zum ersten Sprint Rennen der Fummel 2 Saison 23 Predictions aus Bahrain. Los geht's heute um 14.15 Uhr, live auf Sky Sport F1 und im F1 TV. Das erste Rennen der neuen Fummel 2 Saison 2023 gewinnt Arthur Leclerc. Herzlichen Glückwunsch vor Brett Benavides, dahinter auf 3 Dennis Hauger vor Clemo Novolac. Dann wird 5. ab Theo Poucher. 6. kommt ins Ziel Shane Maloney. 7. und 8. wird Frederic Westy und Kusch Meini. So, das war's vom ersten Fummel 2 Rennen, dem Sprint Rennen der Saison 2022, äh 2023 auf den Bahrain International Circuit in Zagir. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Däumchen nach oben da. Vergiss kein Abo, dann nehme ich das Blöckchen, das nicht vergessen sollte werden. Dann verpasst ihr keine Benachrichtigung auf diesen Channel. Bis dann auf Good Ways. Ciao. 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 Vielen Dank.